Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Am heutigen Welt-Nashorn-Tag berichtet die Naturschutzorganisation WWF Deutschland über zunehmende Wilderei auf die bedrohten Tiere. Laut offiziellen Zahlen wurden im ersten Halbjahr 2021 in Südafrika wieder mehr Nashörner gewildert als im gleichen Zeitraum des vorherigen Jahres. Ebenfalls aus Südafrika stammt nun eine ungewöhnliche Idee, das Problem bei den Hörnern zu packen. Wortwörtlich. So klingen Nashörner, wenn sie quietschlebendig sind. Und genauso will James Larkin sie erhalten. Der Professor von der Johannesburger Universität Witwatersrand hat einen ganz neuen Ansatz, um die ikonischen Tiere vor Wilderern zu schützen. Er macht die Hörner, wegen derer sie getötet werden, radioaktiv. Schnell, einfach und effizient ist der Prozess, den er entwickelt hat. Seine Testpersonen gewissermaßen sind zwei Nashornbullen in einem privaten Tierreservat in Südafrika. Sie heißen Igor und Denver. Und James Larkin hat beiden im Mai eine geringe Menge von radioaktiven Isotopen in ihre Hörner injiziert. Das Ziel ist klar, sagt er. Wenn man den Endverbraucher fragt, willst du etwas Nashornpulver? Aber es könnte radioaktiv verseucht sein. Wie viele würden dann sagen, lieber nicht? Igor und Denver geht es prächtig. Und ihre Hörner sind jetzt schon nichts anderes mehr als ihre körpereigenen Waffen. Vorher wären dafür in Asien enorme Summen gezahlt worden. Sie werden auf dem Schwarzmarkt teurer als Gold gehandelt, weil sie Statussymbole sind und Menschen in einigen Ländern glauben, sie könnten schwere Krankheiten heilen. Dabei bestehen sie nur aus Keratin, so wie menschliche Fingernägel. Alle Tests haben belegt, zuletzt in der vergangenen Woche, dass keinerlei Radioaktivität vom Horn auf den Körper der Tiere übergeht. Wir nehmen nur die Menge, die die Messgeräte aktiviert, aber nicht so viel, um dem Tier zu schaden. Das hat oberste Priorität. James Larkin ist an der Universität Witwatersrand atomarer Sicherheitsberater. Sein Netzwerk reicht von Politikern, die sich mit Sicherheitsfragen beschäftigen, über Wissenschaftler im Bereich der Nuklearforschung und Nuklearmedizin bis hin zu Experten der internationalen Atomenergiebehörde. Dadurch konnte er sicherstellen, dass seine Idee umsetzbar ist. Der entscheidende Gedanke war, bestehende Infrastruktur zu nutzen, um den weltweiten Schmuggel zu erschweren. Weltweit wurden große Anstrengungen unternommen, um zu verhindern, dass illegal radioaktives Kernmaterial verbreitet wird. Das heißt, dass auf Flughäfen, in Häfen und an Grenzübergängen Strahlungsmonitore installiert sind. Zwischen 10.000 und 11.000 davon sind schon in Betrieb. Sobald ein Gerät anschlägt, werden Kisten oder Container geöffnet. Hörner der Rhinozerosse werden selten allein befördert. Oft finden sich im selben Paket auch Stoßzähne von Elefanten, Knochen von Löwen oder Schuppen von Pangolinen. James Larkin will den illegalen Wildtierhandel insgesamt erschweren, indem er einer ikonischen Tierart hilft. Ich habe Tiere schon immer gemocht. Und man kennt doch den Spruch, irgendjemand sollte jetzt etwas tun. Ich dachte, vielleicht könnte ich dieser jemand sein, also mache ich das am besten mal. Was mit einem nächtlichen Gedankenspiel vor gut einem Jahr begann, steht kurz davor, marktreif zu sein. Wenn ein Nashorn irgendwann stirbt, dann bleibt nur ein Stück atomarer Restmüll übrig. Das Horn müsste, sagt James Larkin, dann entsprechend entsorgt werden. Es könnte aber der vielleicht bahnbrechende Ansatz sein, um eine Spezies zu retten. Auch wenn sich die Wilderei ein wenig verlangsamt hat, sinken jedes Jahr die Nashornbestände weiter. Das Spitzmaul-Nashorn gilt bereits als vom Aussterben bedroht.